Also normalerweise ist das so. Ich dachte eigentlich zwischen den beiden wäre vielleicht noch Platz, aber wie es scheint doch nicht. Da ist doch noch ein Platz. Na toll, egal, es kommt von da hinten, soviel steht fest. Ich will nicht zu weit da ran rennen. Ich will nicht zu weit da ranren. Ich will nicht zu weit da ranren. Vielen Dank. Das nervt gerade ein bisschen. Vielen Dank. Ich glaube, das ist innen. Langsam habe ich das Gefühl, dass es in... Was ist denn nun schon wieder? Alter, neben mir auch ein Senkel. Aber bitte so richtig tierisch. Jetzt sind wir einer Spur nachgerannt, die nichts ist. Oder wie? Okay. 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 Ich muss das nicht verstehen. Ich muss das nur bekämpfen. Oder wie war das? Okay. 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 Ja, nee, ist klar. Aber jetzt wissen wir schon mal, da kommt eine Menge mehr. Oh, dieses Verstecksspiel, ne, das ist wirklich Wahnsinn. Müssen wir gucken. Und dann können wir uns wiederholen. Ich glaube wir werden versuchen hier runter zu gehen. Was war das für ein Geräusch? 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 Ich glaube es gibt nicht so viele Eingänge. Ich glaube hier hinten könnte noch einer sein. Ich komme mal von da oben da runter. Was war das für ein Geräusch? Was ist jetzt die Frage? Was war das für ein Geräusch? Oh Mann ey, das kann noch drei Stunden dauern. Wenn das so weiter geht. Ja sorry, aber es ist besser drei Stunden anstatt doch fünf Leute zu verlieren. Wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf. Wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf. Und denen erst zu treten. Und denen erst zu treten. Das war das für ein Geräusch? Der Eingang kommt mir auch extrem bekannt vor. Oh Gott, ich war in dem Scheiß-Ufo schon mal. Da geht aber voll die Post ab. Glaubt's mir. Ja. 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 Okay, ich versuche die Mittelkonsole zu stürmen. Und wir hoffen, dass jetzt keiner hier kommt. Was war das für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch? Verобрheir? Was war das für ein Geräusch? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Drei Jahre später. Bis sie sich mal irgendwann treffen. Ich muss ein bisschen mit Bedacht hier vorgehen. Und wenn wir Glück haben, haben wir das meiste jetzt schon hinter uns. Allerdings glaube ich, dass zwei Commander da sind. Ja, warum auch nicht? Warum nicht da unten hinrennen? Da unten ist... Da scheint die Sonne. Da ist schön. Alter, du hast doch einen Schuss nicht mehr gehört, oder? Mal ehrlich. So, kann ich den Zobel unten mal haben? Snoopy! Was treibst du da? Mensch Mäuschen, hier drin ist die Party nicht da draußen. Da draußen haben wir schon alt gemacht. Oh, jetzt haben die schon wieder das Ding genommen. Hm. Gott, nee.